Heute sind wir auf den Spulen der Bentheimer Kuhlkerls unterwegs. Die Sandsteinbrüche in Gildhausen und Bad Bentheim wurden ortsüblich Kuhlen genannt. So hießen die Arbeiter Kuhlkerls. Ihre Aufgabe war es, den Bentheimer Sandstein aus den Felsen zu lösen und auf die erforderliche Maße zu schlagen. Heute findet ihr viele Gebäude aus Bentheimer Sandstein hier in Bad Bentheim. Die katholische Kirche. Unsere Burg Bentheim. Oder der Mühlenstumpf an der Jugendstelle. Beim Anblick der mächtigen Felswand im ehemaligen Steinbruch Schüterskuhle bekommen wir eine Vorstellung von der schweren körperlichen Arbeit, die die Männer zu leisten hatten. Ihr schlimmster Feind ihrer Gesundheit war der feine Quarz-Sandstein-Staub, der beim Bearbeiten des Sandsteins freigesetzt wurde. Viele Arbeiter wurden nicht älter als 36 Jahre. Doch ohne ihre Arbeit hätten wir nicht die wunderschöne Gebäude aus Bentheimer Sandstein. Die Stadt bei Bentheim hat den Kuhlkerls an Denkmal gesetzt. Woah! Ich bin mir ein cathرös. Ich bin mir ein benehm. Ich bin ein glücklich. Immer bin ich glücklich. Also wieder hobgered haben für dich sch나�our. Ich binitu ein glücklich. Vielen Dank.